Wir stehen vor einer sehr spannenden, sehr interessanten Plenarwoche mit ganz, ganz vielen Themen, um Ihnen einige Beispiele zu nennen. Wir werden uns über das Thema Organspende unterhalten. Da gibt es auf der einen Seite die Erwartung, dass mehr Organe gespendet werden sollen. Auf der anderen Seite gibt es viele Ängste und Befürchtungen. Es ist wichtig, dass der Bundestag sich damit beschäftigt. Ein ganz großes Thema wird auch das Thema Umwelt und Klima sein. Wir stehen vor einem wichtigen Gipfel in Katowice, in Polen und das nimmt der Deutsche Bundestag zum Anlass, über Umwelt und Klima noch einmal intensiv zu debattieren. Bleiben Sie auf dem Laufenden, folgen Sie uns auf den sozialen Medien. Vielen Dank.